Liebe Winterkapelle Jechtingen, leider wird das mit der Bewertung bei eurem nächsten Konzert nicht. Denn wie ihr seht, haben wir es geschafft, uns zur Coldwater Challenge 2014 zu treffen. Erst einmal vielen Dank für die Nominierung. Die Herausforderung nehmen wir sehr gerne an. Als nächstes nominieren wir die Trachtenkapelle Achkarren, die Stadtkapelle Burgheim und den Musikverein Burgweiler. Solltet ihr innerhalb einer Woche es nicht schaffen, das Video ins Netz zu stellen, haben wir uns folgende tolle Aufgabe für euch überlegt. Die Trachtenkapelle Achkarren darf uns den nächsten Musikerhoff am 28.06.2015 bewirten. Die Stadtkapelle Burgheim wird uns im Laufe des nächsten Jahres zu einem Grillfest einladen. Und der Musikverein Burgweiler organisiert uns eine Bierprobe, wenn wir sie im nächsten Jahr besuchen werden. Jetzt aber viel Spaß mit der Winzerkapelle Bischofingen. Die Stadtkapelle Bischofingen 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 Die Stadtkapelle Bischofingen